Hallo und herzlich willkommen bei euren Social Rune LP. Wir spielen Path of Exile und das nicht alleine, wie angekündigt. Ist das jetzt der Punkt, wo einer von uns was sagen muss? Ich denke mal. So, ich glaube, ich locken wir erst mal ein mit Steam. Ja, ich mich auch. Vielleicht sagen wir, wer dabei ist, eventuell, dies, das. Oh ja, Choose the Character. Achso, ja, stimmt ja. Was haben wir denn hier? Ich bin übrigens der Xantorix LP, wer hätte es gedacht, ne? Ja, ich bin der Mr. One LP, ist ja bekannt aus Film und Fernsehen. Ja, genau. Du gehst aus dem Fernsehen, ne? Ich bin weg. Es wäre toll, wenn da auch mein Name weiß, ich hab nämlich das Gefühl, wenn ich aufblicke, dann habe ich Panik, dass da irgendwas falsch ist. Aber mir schreit gerade so ein Typ hier rum. Die Rich sieht schon mal sehr sexy aus, muss ich sagen. Ähm, Marodeur. Ja, das schön. Lass das aus. Ich bin aber hier. Ja, ich weiß nicht, das ist ja jetzt einfach nur, äh, der Charakter macht ja den Startpunkt in diesem riesigen Skill Tweet. Achso. 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 Wir sollten auf jeden Fall so versuchen, dass jeder eine andere Klasse nimmt. Ja, das denke ich auch. Ja. Also. Also ich könnte den Templer nehmen. Ich bin nur über den Shadow und über den Krieger. Ich bin nur über die Fressen. Ja, das denke ich mir auch so. Oh Gott. Das ist so nervig. Also der Wave-Jab, beziehungsweise die Ranger-Rinde ist jetzt nicht so interessant. Kannst du mal achten? Ich würde von den Shadow-Gamer nehmen. Ja, ich nehme dann den Templer. Oh, der Templer. Ja, reine Magier. Ja, bist du so ein Sonst-Gefenn? Nee, aber Magier. So. I know now that my brethren are merely Gods tools. Es ist... Alter, kann der auch mal einen Scheiß klappen? Ja, denken wir auch so. Ich glaube, das ist nur die Schwierigkeit. Ich nehme Standard. Meine, äh... Flüge, eine Standard. Kannst du Kana? Kann man auch glauben. Kann man auch glauben. Eine Hardcork-Kana. Neh, Alter. Das sind die Person. Das ist aber Hardcork-King-Präder. Also. Und wie sind sie so ein Tenfarm hier, ne? Mhm. Äh, es ist sehr schön. Ich bin da 30 Grad drin. Gefühlt tauernd. Ich drück dann mal auf okay, oder? Ja, ich könnte auch. Ja, mein könnte auch. Ja, mein könnte auch. Ja, mein Karten ist schon bereit. Ja. Ah, er hat aufgehört zu reden. Müll aus Mannersturm das ist eine Karte aus Hot Stone. Den die doch einfach Social Rune LP. Ja, hab ich ja schon. So ganz innovativ. Oh, Twilight. Die Twilight. Wo Twilight? Wie liegt bis zum Abend? Bis, äh, zu viel liegt bis zum Endsieg? Okay. So, ich lieg jetzt hier so rum, ne? Okay. Das weiss du, das erste, was ich in diesem Spiel sehe, ich lieg besoffen am Strand. aber ich sehe euch nicht der ich auch so irgendwie am schrank rum die kaum am strand also ich würde mich gerne wegen man könnte vielleicht mal erwähnen dieses spiel ist so ähnlich aufgebaut wie Prozent dort steigt und Diablo ja und es hat einen sehr großen Bildschirm also ich glaube ich werde an dieser Stelle einfach mal ein Bild einblenden von Skitty weil das hat mich schon so ein bisschen gefesselt ich rede jetzt mal mit dem komischen Menschen der hier neben uns ist damit ich bin schon in der Suche Leute die haben wir uns zu wollen ja aber da ist ein Prozent da ist aus dem Verzeihung aber das ist ja das war so ja es liegen zwei Menschen am Strand aus der Hut und der andere liegt da unten ich hab einen schon fast tot oh mein Gott der erste Kampf aber ich werde jetzt erst mit dem Tüten also so interaktiv ist das selbe Tarnowel ja 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 wahrscheinlich können wir uns das ist jetzt wahrscheinlich ein Einleitungslevel ja 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 denke ich auch unser Catch my Brüe oh Gott es ist die ganze Zeit auf Englisch das ist echt stressig kann ich das noch heller stellen und Catch my Brüe Fairwill ich hab da hab ich okay ähm alter LEL LEL der Tüte wird ja einfach ge ja LEL ich hab mir das angewöhnt von Maranell Horn ich hab ein Schild bekommen äh Maranello nur nur die Tüte Maranello versteht ja hier kein Mensch also ich hab auch schon den ersten Kill und ähm komm, hau raus ach, klick auf unser Menü oh das ist sogar wie bei Diablo 2 oh wie awesome oh das Inventar ist aber wie bei Gothic äh I Inventar, oh Gott ne es ist auch wie bei Diablo nur größer ja ja gut das Diablo und Gothic Inventar ist ja jetzt nicht so ui da ist die erste Gegner heute ui 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 ich glaub hier auch grad schon ich weiß nur nicht ob ich besonders irgendwie kämpfen kann ob ich bisher nur ein Linksklick-Gehorde mache ja ich mach auch bisher ein Linksklicks wo kann man das rein ich hab hier noch keine ich ne ich kann man kann bisher nur ein Linksklick kann ich soweit ich das erkennen kann ah mit Enter kann man den Global Shot öffnen äh place into item socket hier ist Fire Damage ah das ist so ein äh kann ich äh Alter hast du auch diese Spinnen hier ja aber ich bin hier grad bei Untoten ah ich kann die da rein die hauen mich oh Gott mein Feierschaden Feierschaden Alter ich bin fast gestorben schon aber fach ja ich hab irgendwie noch die Hälfte white click on a red flask opus one to heal achso also ich hab ein Feierball das siehst du doch da unten hast du auch so auf eins und zwei hast du äh sehr schön sehr schön sehr schön und auf fünf hast du noch einen Mana Trank den man jetzt wahrscheinlich noch nicht braucht oh habt ihr die äh Kiste schon geöffnet welche Kiste da liegt so ein bisschen oberhalb so eine Kiste ich hab noch ein Schwert wie awesome oh ich hab grad ein Schwert eingesammelt ich hab ein Choquet eingesammelt also ich hab schon ich hab so ein Feuerball schon ok ich hab grad eben ein Special Move gemacht ach so ach wie nett das ist mit den Waffen ich hab ne neue Waffe schick warte wieder schon ne neue Waffe ja in dieser Kiste da liegt so ne Kiste bei dem Wasserfall da hab ich Rüstung bekommen Wasserfall oh ne Bärrel hier ist ein Wasser ich bin bei nem Wasserfall aber ich seh keine Kiste also bei mir ist so ne Kiste gewesen ihr seid beim Wasserfall also ich bin auch beim Wasserfall uiuiuiui der erste Ertrunkene ich laufe einfach so ein bisschen hier rum und töte grad Viecher ja ja ich auch ja die haben irgendwie so das ist ja am Anfang bei irgendwas immer so man laufe einfach nur rum ich weiß nicht was man genau machen soll und tötet erst mal und dann irgendwann versteht man das Spiel also ich hab ne Skillpoint oh Gott das sind schon wieder so viele Gegner oiieieieie habt ihr auch schon ne Skillpoint? ich weiß es nicht you can press tap to toggle the overview map ach ach ihr seid da erst mal drückt mal tap dann seht ihr die Karte das ist ja mega gut gemacht hab ich ja hab ich schon weil ich hab nur zwei ok ich bin was auf anscheinend ja ja ich bin Level 2 auf Level 2 ich weiß nicht wo ich das sehe äh du das äh das wird dir dezent angezeigt wenn du das nicht bist you gain a Skillpoint ist das denn? oh Gott ach du scheiße nein oh mein Gott dieses ganze auch nicht ey ähm äh ich jetzt bin ich an so nem Punkt wo ich mir denke Hilfe was mach ich Hilfe wie kann ich äh wie kann ich äh 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 oh oh Alter ich bin gleich tot Half-Life 3 confirmed ok warte jetzt bin ich grad verwirrt ich weiß nicht wo ich anfangen soll weil es ist hier es ist kein Baum es ist ein es ist ein Monster ne Alter es gibt ja hier ähm Kampfrollen ne ich ähm ich lass es erstmal bis ich mir bis ich Gedanken habe was ich vielleicht wird mir es ja gleich irgendwo erklärt oh scheiße sind das viele Untote oh mein Gott sieht das hier mega aus gerade ja Willi ist schon toll ja das ist nicht schlecht ist nicht schlecht oh man kann mit Mausrat ranzummen das finde ich gut merk ich also ich habe als ersten Skillpoint äh dass da ein Spelldamage erhöht wurde ich hab noch gar nichts gemacht ich hab ich hab einfach Angst dass ich da irgendwas total verkacke kennst du das wenn du am Anfang bei Rollenspielen immer denkst ich mach alles falsch und der Charakter wird dann scheiße ja ja wobei in Risen in Risen ist das der Fall in Risen kann sich echt fast gillen der wird grundsätzlich scheiße einfach wenn man da mega viel noch rumprobiert und sich so denkt ja oh mein Gott oh mein Gott ich da ist ein Riese seid ihr schon bei diesem Riesen was für ein Riese Hillock Hillock genau da bin ich gerade den hab ich gerade geschaut ich bin bei so einer Fackel die am Wasser ist irgendwo läuft die ganze Zeit so ein bisschen an der Küste lang was das ist auch eine Fackel bei Hillock Alter ich mach mit dem Messer aber nicht viel Schaden was ich hier eingesammelt hab glaube ich ich hab zwei Stück ähm also ich hab Akimbo äh das geht kann ich dir irgendwie oh achso ne Use the scroll of wisdom to identify this item ok oh oh shit ich bin gleich tot ja jetzt bin ich bei dem Riesen der ist nicht schwach sagen wir es mal so ich hab ihn schon zur Hälfte tot ich bin bei Leonis Launch echt da mach hier was falsch der heilt sich das hier ein Arschloch achso und der ist tot ich hab so ne komischen Typen bei dir Alter Tone for your reward ok ich bin tot aber es passiert dann scheinlich nichts wenn man stirbt ich jetzt mal jetzt über die Stadt betreten dass wir dann uns vielleicht treffen können ja das könnte sein ja das könnte sein mal in mein Inventar reingucken was hab ich denn ne Robe irgendwie so ne komische Dornkrone ich bin aber nicht Jesus ähm also wenn man stirbt passiert übrigens nichts scheint es so 3 bis 10 ok 3 bis 10 ok warte physical critical 6 kommen oh ich hab schon zwei Bögen ich hab schon zwei Bögen ach ich wollt grad fragen ob ihr auch nen Bogen habt ich hab schon zwei ne ich bin auch noch nicht in der Stadt ich äh bist du schon in der Stadt? ne 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 ich 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 möchte jetzt erstmal die Robe identifizieren das ist jetzt wahrscheinlich genau die ach ich kann die Robe nicht anziehen äh oh die ist ein bisschen besser als die Standard Robe die man hat aber man hat auch man hat so äh es ist der Recht also so Kisten halt äh wo man sein scheiß wo man sein scheiß wo man sein scheiß Glut verstecken kann sein ganzes Glut da rein drücken kann das ist so nice ich betrete jetzt die Stadt ich bin in der Stadt schon ich nur nicht ich betrete sie gerade jetzt bin ich in der Stadt ja ich nehm erstmal hier äh die beste Rüstung die kann ich natürlich nicht anziehen das ist einfach jetzt äh wie soll man finden dann Socket is good äh ja wir werden uns hier irgendwie äh finden weil es gibt ja nicht nur diesen Zerrsch vermutlich sondern auch andere auf den Europe ja aber wir konnten ja nur Europe auswählen ja also ich hab hier noch so einen komischen Typen mit Maus aufzeichen über der Biene ich glaube die sind immer wichtig kann das sein warte ich glaub hier ist noch ein deutschspieler nimm Level 5 ah ne warte jetzt so normale Kirkers die haben auch alle irgendwie ein Level ja ok ich will grad immer wieder mit W1D laufen das ist voll schrecklich ich weiß gerade gar nicht welche Waffe ich nehm soll ich glaube ich nehm Bogen oh mein Gott ach kann ich gar nicht ich hab hier noch ein Waypoint das das mit den Farben hab ich noch nicht so ganz verstanden ok hier kann man zur Küste ich werd jetzt erstmal äh enter town for your reward klick hier to use your privat oder was skilltree skilltree äh jetzt mach ich erstmal mein skilltree äh ja ah ok wo kann ich denn mit dem wo kann ich denn überhaupt anfangen an diesem fetten Ding ich glaube da wo das leuchtet wo es so blinkt scheint so ja bei mir blinkt da nichts auf dem Skillgedünde Hast du hast du heißt du p h a t a a h e s r ne ne oh das ist sehr gut fällt mir grade mal so auf ich kann relativ schnell zu ähm M pagar und Lebens Regeneration skilleng ich kann direkt mit dem ersten Skill eigentlich aber die kann ich erwarte für sie gilt der mensch erhöhen wird dann kann ich das was ist das in elementar der menschen ich mache es mal für die sieg aber das geht was für den spiel von einer bezüglichen okay okay ich habe meine schaden erst mal das geht nicht später also ich kann natürlich ich kann damit fernkampfwaffen mehr schaden machen war eine generation kann ich sogar gar nicht ich gehe jetzt ich gehe auf jeden fall richtung physikalischen schaden play points so ach so ich bin jetzt gleich auch in der stadt gleich du musst die riesenfeuerkälte ja ja den riesen habe ich getötet welchen hat den hüllo habe ich geschafft hier sind mehrere hier sind mehrere menschen was wollt ihr denn jetzt alle von mir ja 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 sind hier viele menschen ich spreche erst mal die hier mit den ausrufezeichen an ich weiß ja irgendwie kann ich mich gerade nicht mehr bewegen ja irgendwie kann ich mich gerade nicht mehr bewegen ja das ist eben ganz toll ja das ist eben ganz toll dann eigentlich auch irgendwie auf dem server join auf dem hier du legst ein bisschen vielleicht äh könnten wir mal freundschaft anfragen senden ja das ist ja da waren wir gerade nicht mehr wegen das ist toll ich wusste mich gerade nicht mehr wegen das ist toll das ist egal es ist ein lustiger Weg zu zeigen wenn du diesen Wein zu azt funktionieren nicht Clara Barnais watch auss hat sie keinen besonders machen wir kriegen das blut ab das blut quatsch dabei vier Characters, Passive Skill, Challenges, World Screen, Social Screen, Brands und so weiter. Partien, warte, 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 ich verkaufe gerade Sachen. Ne, einfach nur dein Name, einfach nur, wie du weißt. Ja, Mr. Wander LP. Alles, also M groß? Ja, ja, genau, LP groß. Okay, alles klar. Ja, bei mir so geschrieben wie immer, das P hinten klein. Ah! Wie heißt du Xandrix LP, ne? Richtig! Wir haben eine Party gejoint, hier ist dunkle Schlampe. So, accept. So, jetzt sind wir zumindestens erstmal in einer Party drin, das ist schon mal. Herrlich, Party Art, wupp wupp. Und jetzt können wir doch bestimmt auch, wo seid ihr denn gerade? Äh, wisper der Player. Ich rede jetzt mit dem komischen Bestell. Ad as Friend, Ad as Friend erstmal ruckstack, das ist so. Achso, ja. Challenge. Ich akzeptiere mal. Uch, falsch. Wie macht man nochmal? Da macht man die Karte. So. Wo ist denn jetzt? Das ist immerhin so eine schöne Sache beim Let's Play, dass man sich da… Ja gut, aber das ist ja, äh, zumindest da zeigt man, wie man lernt, quasi. Super. Das finde ich auch manchmal in Videos voll toll, wenn man so sieht, so ne Lernkurve. Ja, ja. Und am Anfang so voll so, äh, was, wie, wo und hinterher, boah, Party Art. Ach du Scheiße, das Notizbrett guckt es euch nicht an. Ich höre diesen, ich höre diesen Typen noch nicht mal richtig zu. Ich lese meine Texte. Ich lese das nicht mal richtig. Ich hab jetzt gerade zu übersetzen im Kopf. So gut bin ich dann doch nicht, äh, in Goodbye, so, ähm. Das kann ich irgendwie, wenn ich mit dem geredet habe, immer kurzzeitig jetzt nicht bewegen. Also, Anna, im Prinzip, äh, mit Chased Items. Oh, Chased Items, so. Ich bin sowieso generell. So, ich hab hier meine Truhe und Fackdamm am Boden rein. Äh, äh, ähm. Ich hab hier meine Truhe und Fackdamm am Boden rein. Äh, ähm. Ich hab hier meine Truhe und Fackdamm am Boden rein. Ich hab hier meine Truhe und Fackdamm am Boden rein. Dr. Shaky Hands optin. Oh, weiß nicht. Oh, weiß nicht. Dann muss man mal den Bogen da mal rein. Äh, äh. Jetzt haben wir uns das Ding mal auf dem Kopf. Ach, guck mal, man kann einzelne Gesprächsoptionen machen. Die einzelne Gesprächsoptionen machen. Ich hab schon so ein kleines Schlein, den ich in meine Waffen verhört habe. Ich hab hier mal erstmal. Ich hab hier oben und das kann ich eigentlich verkaufen. Nessa does. Sell Items. Äh, MacGundas. Ja, manchmal schon dreimal. Wie jetzt? Sie bekommen bei deren, äh, Stück von einer Rolle, wenn ich da eine Waffe verkaufe. Okay. Da oben sind aber so, so Kreuze auf ner Map irgendwie. So, habt ihr jetzt eigentlich auch die beiden Nebenquests bekommen? Welche Nebenquests? Äh, ich weiß nicht, wo ich die nachgucken kann. Mercy Mission? Find the Medicine Quest? Find, ja, Medizin. Die Medizin Quest, die hab ich. Und, 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 äh, ich guck gerade wo man die anderen. Ich weiß gar nicht, wie man deine eigene, ähm, deine Quests angucken kann. Äh, du musst einfach unten auf Menü gehen und dann auf World Screen. Ach, World Screen ist das. Ja, World Screen ist das. Ach, ja. Ja, da hab ich, ähm, Anime Atticade hab ich. Mercy, genau, und Mercy Mission. Anime Atticade hab ich. Ja. Das beende ich gerade, weil ich gerade mit diesem Tag, äh, Taglei Typen da rede. Ja. Äh, dann bekomm ich drei, ähm, so, äh, Steine, die man für Dinge tun kann. Okay, einen nur. Dann kann ich ja nicht so schnell noch was nicht können, aber, äh, let's watch and run out there. Also, ich rede mal mit dem weiter. Here, I have one of these. And no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here. Jetzt mal eine Frage noch mal. Wie lange sollte eine Folge überhaupt werden? 20 Minuten, aber die erste ja ein bisschen länger. Die erste 30 Minuten, dann. Hat irgendeiner von euch die Wurdenblick, wie lange... Nee, 20. Ich hab, ich hab drei Scrolls of Wisdom. Ach, warte mal, ich lese mal gerade. Skill gems should be placed in Sockets of the Population. Wo ist das Old Wind? Ach, man kann diese drei, äh, man hat ja bei diesen Waffen immer so, die Farben kann man da, ja, also wenn man zum Beispiel zwei von den Farben hat, kann man noch zwei Diamanten reinpacken. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Das heißt, das ist wie bei, äh, das sind so Sockets als... Hast du Wortschleid gespielt? Nee, aber das ich verstehe, ist so als Waffen-Modifikation quasi, oder? Ja, das ist, okay, gut. Ja, ich hab die in den Sockel rein. Du hast einen Sockel in der Waffen, ich hab bisher nur eine Quest, was nur die andere her. Von Nessar. Ja, ich hab nur Trifflügel, to the Tidal Island. Kann man nicht, mein, Paracus-Screen kann man da auch, äh, irgendwie selber nochmal... Was nämlich denn? Also, ne... 2 Intelligenz plus 1 Mana, 5 Intelligenz plus 1 Intelligenz plus 1 Intelligenz. Blöd. Aber warum kann ich das mit Cryos-Reeds denn? Ich könnte natürlich auch mal an das Notiz-Board gehen, vielleicht kriegt er eine Quest oder so. Ich hab ein Energieschild jetzt. Also, ne Rüstung, die, äh, Kälteschaden macht, wär schon gut. Cool. Wenn du rüstst, komm ich glied, so animiert, gleich hab ich fertig. Ah, ich verkauf erst mal ein paar Sachen, die ich hier nicht brauch, glaub ich. Ja, das ist am Anfang aber auch immer so ne Sache, man weiß nicht, was man braucht. Ja, wo ich glaube, dass ich sie nicht brauche. Ja, das ist aber auch teilweise... ...und so ne Sache. Beziehungsweise, es kommt natürlich auch erst mal drauf an, äh... Ich geh mal an das Notiz-Board. Ah, da kann man, äh, da kann man im Tausch dafür, äh, Rollenfragmente kaufen, damit man dann diese Items identifizieren, also, das infizieren kann, das infizieren kann. Das Tolle ist einfach, wenn ich jetzt hier auf die Party gehe, dann seh ich einfach, wo ihr seid, aber ich seh euch hier nicht, weil wir sind im gleichen Ort alle. Ja klar, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich hab nur eine, ich hab nur jetzt eine Quest. Also ich hab jetzt mal meine Standardwaffe zumindest verkauft, da denke ich mir, dass ich die nicht mehr brauche. Ich hab einen Bogen, ich hab zwei, äh, ich hab zwei Rollenfragmente. Ach, zwei schon? Ja, ich hab verkauft. Ach so. Ja, ich hab dafür erst was anderes bekommen. Ich hab dafür so Scrollen, äh, so Rollenfragmente bekommen. Aber nicht fünf Farben kann ich daraus eine Rolle zusammenbassen, glaub ich. Ähm, ja. Ja, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt ein Item, das identifiziert, also weggemacht, also, damit ich das, das ist richtig geil. Also wir lernen hier im Moment mal unter. Ja, ja, das ist, ähm. Ich seh euch, also, sind die Kreuze, die Partymitglieder, oder wie? Ja, das sind so diese komischen Menschen, mit denen du reden kannst. Okay, und wo siehst du mich, wo siehst du mich angeblich, oder wo sieht man mich? Äh, wenn du auf das, äh, Social Screen gehst, ja. Ja. Und dann auf die Current Party, dann siehst du einfach da unter den Namen der Spieler, den Ort, wo, 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 wo die sind. Äh. Was level die sind und welche Klasse? Alter, ich hab ne richtig gute Rüstung bekommen, glaub ich, falls ich die, weiß nicht, jeder die bekommt. Bekommt jeder, glaub ich. Ja. Am Anfang, ja. Ich hab ne, wie für Rüstung hast du welche? Ja, der hat 15, aber das beste ist halt, dass die Schaden reflektiert. Angst, Block hab ich 22%. Ah. Äh, was hab ich denn? 6 Energy Shield, also Energieschild. Ich hab, äh, 11 Energieschild. Okay. Und plus 9% zur, ähm, Lightning ist Blitz, ne? Ja, Blitz, ja. Äh, auf Blitzwiderstand. Hm. Also ich habe... Also wenn mich irgendwelche Leute jetzt mit Blitzen grillen wollen, ich halt's zum Beispiel besser aus. 10% erhöhtes Spell Damage, 14% erhöhtes Energieschild. Hab ich da. Ja, wie mach ich das denn jetzt am besten? Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, ich, 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 ähm, würde mal gerne was wissen. Ich schreib mal gerade was in den Global Chat, guckt mal links, da schreib ich, ähm, was schreib ich denn da rein? Hi. 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 Seht ihr das? Ja, seh ich. Ja, okay, gut. Gut, gut, gut. Ja, wir beide... Ja, ja, seh ich auch, ja. So. Sind's also schon mal auf dem Glitz haben. Ja, das sowieso. Ähm, aber jetzt müssen wir gucken... Äh, wir müssen zu der Code. Äh, wir müssen zu der Code. Frage, wie viele Quests habt ihr jetzt auf... Oh, ja, das könnte ich mal sehen. Quest Complete. Ich hab... Peppermi nur Mercy Mission. Ich hab noch Anime als der Gate, aber die Quest Complete, aber ich weiß nicht, wo ich die abgeben kann. Äh, bei diesem Tag... Tag... Ach, das hab ich schon gedacht. Wenn ich schon... Ah. Ich hab nur... Walls of this old ruin. Lion eyes watch. Ähm... Defensible enough with a few stout well armed veterans. So, ich hab da... Ich hab da... Ich hab... Starving Exiles with Driftwood Clubs and rusted Dirks. Stirl? There's the waypoint. A piece of Lokomensal. I couldn't use it till I find another one out in the mudflats. Ja, die Dahl, Tidal... Ist mir scheißegal. Ja, da muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich auch hin. Da muss ich auch hin. Und... Da muss ich Mr. Wanderer wahrscheinlich auch hin. Ja. Große Wahrscheinlichkeit. Hast du noch den Nadal der Quest? Nein. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne, da sonst keine Ahnung. Ich würd hier gerne alle Quests mitnehmen. Wenn nicht geh ich jetzt einfach mal weit, aber die treffen uns dann nicht. Ne. Ja, das ist ja so ein schein anderer Quest hier. Ja, dann geh ich mal an die Küste. Ja, Coaster. Weil langsam wird es euch ein langweiliger Erfolg gibt. Ja. Die Gattler nur in der Stadt rumpimbeln. Ja, das müssen wir so erstmal. Genreous, fella. Ah, ich hab mich schon. Ja, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. Ja, ja. Ja, ja, hallo. Hallo, ja, ja. Kevin, komm mit den Coast. Kevin. Ja, ich hänge gerade noch im Dialog, deswegen. einst also er ist er im suite an seiner reihe von dem wagen auch nicht er ist vor allem in der freie ist es wird geschlagen am solcher wird alle dialoge gemacht ich denke mal ich habe sie doch jetzt abgegeben oder der abgabend eine künftung dort mit größten muss zu kost der kurs muss ein mehr als er die andere mit dem riesen noch nicht fertig mit dem europäischen mit diesem tag leid ist dann kommst du mit dem screen und dann wird bekommst du die auswahl zwischen drei diamanten die du mitnehmen kannst das habe ich schon gemacht ja dann hast du die das hier abgegeben echt weil bei mir steht hier noch eine märze geht eine kreis kompliziert da um die ja 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 go to the coast abholen dich in einer jahre und beenden diese folge zu der seite groß nachdem er kann man hat er seit jährigen die in der jährigen so geht damit die erste folge aber es sei wir haben uns alle gefunden zum Glück er hat es wunderbar die Partie wo er wird auch da ich da nicht tschüss mit welcher hat schau denn auch da rein